Willkommen zurück zu einer neuen Wetterverhersage auf Levetta. Dankeschön für das, dass wir heute einschalten. Und wir haben heute wieder einiges Wichtiges zu besprechen. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um keine Infos zu verpassen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und ein Abo freuen. Würde mich sehr unterstützen, falls ihr noch nicht gemacht haben solltet. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt einfach mal los. Und da wollen wir jetzt einfach mal kurz gucken, wie die aktuelle Lage so ungefähr aussieht in Deutschland hier. Denn aktuell haben wir hier einige Wolkenfelder, vor allem so im Norden. Das wird wahrscheinlich auch noch eine längere Zeit, dass sie oben so bleiben, dass wir hier mal so ein paar Wolken haben, auch Wolkenbedeckung. Natürlich kann auch mal ein bisschen leichter Regen dabei sein. Aber größtenteils werden das hier einfach nur Wolken sein und einfach mal auch starke Bewölkung zwischendurch. Vielleicht kommt auch mal die Sonne zwischendurch rein. Aber ansonsten wird hier auch nicht mehr viel passieren dann ansonsten. Außer vielleicht ein bisschen Regen, wie gesagt. Und dann weiterhin noch ein bisschen Bewölkung. Und ansonsten haben wir hier noch Wolkenfelder, die sich jetzt langsam hier auch reinbewegen. Es soll ja später hier wirklicherweise auch noch eine Regenfront geben, die hier reinkommt. Dann soll das aber gleich mehr. Und dann haben wir hier im Süden aktuell ganz klaren Himmel. Bis auf kleine Wolkenfelder mal hier zwischendurch. Hier zum Beispiel oder hier haben wir ansonsten hier auf jeden Fall klaren Himmel. Und gerade in diesen Bereichen später soll ja dann auch das Stärkste an Gewittern passieren. Das soll aber gleich noch ein bisschen mehr. Und gerade in dem Bereich haben wir jetzt natürlich viel Sonneneinstrahlung, viel Cape dementsprechend auch. Also Convective Available Potential Energy oder Gewitterenergie, verfügbare Gewitterenergie. Und das kann natürlich dann später befördern, dass wir hier nochmal teilweise auch sehr kräftige Gewitter sehen können in diesen Bereichen hier unten. Und ansonsten haben wir in großen Teilen von Deutschland gerade recht schönes Wetter. Also viel klaren Himmel. Generell einfach viel Sonne. So sieht es jetzt gerade ungefähr in Deutschland aus. Denn auch Estofax hat sich dazu jetzt schon geäußert. Und die haben jetzt hier schon ein Level 1 für uns rausgebracht. Hier für große Teile von Deutschland. Oder für, was heißt große Teile? Also für den großen Teil vom Süden von Deutschland. Sagen wir es mal so. Und dann auch ein relativ großes Level 2, was auch noch für Deutschland reingeht. Gerade auch hier wegen dem Wind. Und größtenteils auch wegen dem Starkregen wieder. Und natürlich auch wegen Hagel. Tornado Problematik sieht heute ein bisschen geringer aus. Weil wir auch eben nicht einzelne diskrete Zellen haben werden. Also auch, aber größtenteils diese Zellen werden eher so mit Regen auch verbunden sein. Und der Hauptaspekt mit den Zellen wird auf jeden Fall auf großem Hagel liegen, Starkregen und Sturmböen. Und dazu kommen wir natürlich dann gleich auch nochmal kurz zum deutschen Wetterdienst. Auf jeden Fall alle heute in diesem roten Bereich hier unten. Da ist auf jeden Fall Bayern mit dabei. Und auf jeden Fall auch Baden-Württemberg ein kleiner Teil. Da passt es auf jeden Fall heute auf. Da können heute kräftige, teilweise sogar unwetterartige Gewitter dabei sein. Also nehmt das auf jeden Fall ernst. Und wie gesagt, ich bin natürlich auch wieder live. Also ich werde wahrscheinlich so gegen 15 Uhr live gehen. Und da werde ich euch natürlich auch hier wieder die wichtigsten Informationen mitteilen. Und jetzt kommen wir mal zum deutschen Wetterdienst. Denn der hat sich auch schon dazu geäußert. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier bei dem Reiter Gewitter Starkregen und in Klammern auch Unwetter rein. Und hier wird geschrieben, heute im Laufe des Tages etwas südlich einer Linie Stuttgart-Nürnberg. Erneut teils kräftige Gewitter mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter. Hagel und Sturmböen bis 80 kmh. In den kräftigsten Entwicklungen lokal Unwetter. Durch heftigen Starkregen mit 30 oder bis 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Schweren Sturmböen mit um 90 kmh. Sowie größeren Hagel um oder etwas über 2 cm Durchmesser. Auch von der Nordsee her auf den Norden und Nordwesten übergreifen Schauer und vereinzelt Gewitter. Dabei steife Böen bis 60 kmh. Mit geringer Wahrscheinlichkeit stürmische Böen um 70 kmh. Also ihr merkt schon auch hier natürlich wieder einiges heute wahrscheinlich am Start. Wir haben möglicherweise, also das Stärkste wird definitiv unten im Süden passieren heute. Wir können aber auch kleine Gewitter und eben auch Regen im Norden sehen. Also auch da natürlich aufpassen. Da können auch teilweise etwas stärkere Regenfälle und teilweise natürlich auch kleine Gewitter dabei sein. Aber auch hier möglicherweise nur wegen den steifen Böen oder stärkeren Böen, Windböen halt eben. Hier wird auf jeden Fall erwartet, dass das Stärkste dann so gegen 15, 16 Uhr hier unten im Süden losgeht in Baden-Württemberg. Dann haben wir eben so kleine Gewitter, die jetzt hier bis in die Nacht noch anhalten sollen. Das Icon D2 Modell hat das tatsächlich ganz anders drin. Oder nicht ganz anders, aber auf jeden Fall auch dieses Regengebiet hier unten im Süden. Und dann möglicherweise im Vorhinein oder auch generell in diesem Gebiet hier eingelagerte Superzellen. Die teilweise auch etwas heftiger ausfallen können. Wie gesagt, Starkregen, großer Hagel und starken Sturmböen sind möglich. Oder starken Sturmböen sind möglich. Und später wird dann erwartet, dass wir hier eben auch so ein ganzes Komplex sehen in diesem ganzen Streifen hier. Da werde ich heute also besonders feuchtig. Da können heute die kräftigsten Gewitter und Unwetter runterkommen. Wie gesagt nochmal, ich bin natürlich heute auch live. Und werde ich dann natürlich auch hier wieder die Informationen weitergeben, die ihr aktuell braucht. Dann gucken wir nochmal morgen rein. Denn morgen wird das Ganze wahrscheinlich auch nochmal so ungefähr ablaufen wie heute. Bloß, dass das Ganze wahrscheinlich eher so auf den Alpenrand fokussiert sein wird. Hier werden zwar jetzt auch Gewitter weiter rein Richtung Bayern und Baden-Württemberg berechnet. Das Eigenmodell hat das meiste aber tatsächlich eher so hier so in dem Streifen drin. Da kommt morgen auch nochmal ein Update-Video. Und dann gebe ich euch natürlich da auch mal so einen Blick darauf, was möglich ist. So, Montag geht das Ganze natürlich auch nochmal weiter. Haben wir auch wahrscheinlich nochmal einiges an Regen weiter unten im Süden. Den Regenaspekt kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und dann bekommen wir hier möglicherweise ein sehr dynamisches System rein. Also wir haben hier auf jeden Fall auch ein Tiefdruckgebiet assoziiert mit. Und das Ganze wird dann sehr wahrscheinlich hier so einmal reinziehen. Hand von Deckgrenze haben wir eben hier unser Wetter. Also einiges an Regen wahrscheinlich dann hier für Gebiete. Vor allem für den Westen und Nordwesten. Da wird wahrscheinlich einiges an Regen runterkommen können. Und dann später natürlich auch der Osten. Und dann relativ schnell wird das ganze Gebiet aber auch rausgezogen sein. Dann haben wir am Dienstag nochmal kleine Schauer, möglicherweise so im Süden. Ab Montag sieht es so aus, als würden wir dann erstmal zumindest zwei Tage keine wirklich kräftigen Gewitterlagen hier in Deutschland erwarten können. Außer natürlich der Regen, der könnte natürlich problematisch werden. Aber was Gewitter angeht, ist dann erstmal wahrscheinlich ein wenig, ein paar Tage Ruhe hoffentlich. Also ein, zwei Tage mindestens. Natürlich können auch kleine Gewitter hier so anhand von diesem Gebiet möglich sein. Aber wenn, dann werden das keine diskreten Superzellen sein oder ähnliches. Sondern werden dann wahrscheinlich einfach eingelagerte Starkregengewitter in dieser, ja in diesem ganzen Gebiet hier. Aber auch da habe ich dann natürlich morgen nochmal genauere Updates für euch. Und jetzt gucken wir aber mal in die akkumulierten Niederschlagsmengen rein. Da gucken wir natürlich einmal kurz durch. Denn hier gehen wir mal bis zum Montag hin. Denn hier sehen wir nochmal recht gut, wo jetzt die nächsten Tage hier zumindest erwartet wird, dass es meistens hier runterkommen soll. Und zwar in diesem Streifen hier unten. Da haben wir teilweise natürlich auch mal am Alpenrand so um die 63, wenn ich mich nicht täusche hier. Oder hier 36 oder generell auch etwas höhere Zahlen hier in 42. Also da kann in einzelnen Orten schon wieder einiges an Regen runterkommen. Vor allem so im Bereich hier von Bayern und Baden-Württemberg. Im Allgäu wahrscheinlich auch nochmal einiges. Der Pegel, der Donau könnte über heute und morgen auch nochmal ansteigen. Und dann gucken wir nochmal kurz ins ICON EU-Modell, damit ihr da auch nochmal so ein Bild darüber bekommt. Und hier wird das meiste tatsächlich auch eher so hier bei Passau in der Umgebung berechnet. Und dann hier so am Alpenrand und im Allgäu. Da kann natürlich auch nochmal einiges an Regen runterkommen. Ich glaube damit würde ich sogar auch eher so ein bisschen mitgehen. Aber hier wie gesagt sind auch nochmal teilweise etwas stärkere Regenfälle möglich. Und natürlich auch Dauerregen. Und der kann natürlich dann auch generell in diesen Bereichen hier ja Probleme mit sich bringen. Nehmt diese Lage trotzdem erst. Es wird wahrscheinlich kräftige Gewitter, teils Unwetter geben können heute im Süden. Und dann natürlich auch wieder Starkregen. Und möglicherweise auch ein paar Stunden, über ein paar Stunden oder sogar ein, zwei Tage Dauerregen. Und ab Montag bis Dienstag haben wir dann vielleicht mal zwei Tage, wo vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Wie gesagt, ich werde heute auch live gehen. Wahrscheinlich so gegen ja 15 Uhr. Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Kommt drauf an. Aber ihr könnt jetzt schon mal gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Damit ihr in Zukunft keine neuen Videos oder Livestreams dann eben verpasst. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr über einen Like freuen. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall nachher beim Livestream. Bis dahin bleibt der Geschmeid, hau da rein. Kommt gut durch den Tag. Und tschau. Kommt gut durch den Tag.